moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ich bin es euer max deus und heute wollen wir auf ureinwohnerjagd gehen weil langsam bin ich der meinung ich brauche mittlerweile rüstung und rüstung wird langsam notwendig also müssen wir irgendwie schaffen ein paar von denen anzulocken oder irgendwie zumindest uns dahin kriegen und dann halt ein bisschen rüstung erstellen hier haben wir auch nur jede menge leere körper und normalerweise laufen die ja hier mal so rum aber auch dass nicht tausende von denen auf einmal hier auftauchen und und ich bin irgendwie ein bisschen jetzt gerade konzentriert urenwohner zu ersparen haben wir wieder ein camp genau sind wir jetzt hier wieder koffer leucht wackeln da war was das ist ein bambi haben wir noch einen topf wenn aber nur ein wird geld feile nice hallo noch mehr feile noch mehr feile kann ich mehr feile traben stock das ok noch mehr feile noch mehr leere dosen ein bisschen schiss habe ich auch schon wenn ich habe auch keine lust hier im dingenskirchen wie heißt der trombosen jonas oder so und zu treffen dann werden wir richtig am arsch und diese geknistern und so macht mir auch richtig angst hallo bambi tust bambi wasser ok den pilz kann ich essen nice ohne dass mir was passiert ha da haben wir was genau den tümpel von denen und die essen nein hat mir auch gerade wo sind die uhrenwohner hin wenn sie nicht normalerweise mal dann patrouillieren oder so ja wir sind auch schon gleich wieder zu hause wo ein wohnung das sind schon ein paar mehr hey hier bin ich guck mal hier bin ich ja kommt kommt ähm warte mal machen wir mal so der eine rennt schon auf der eine rennt schon auf uns zu äh drei rennen aber immerhin aber immerhin komm schon ja den komm 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 schon digger ja den haben wir getötet ja ich habe keine pfeile mehr ja ja da erwischt komm komm hör komm 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 äh komm komm ja kann doch nicht sein dass ich die nicht treffe ja er ist tot ja den haben wir erwischt egal was ist mit der jetzt ja umher nein 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 nicht so naja möchte wird noch mal so sie sind mit der im fall haben wir wieder gesammelt war ein haben wir schon mal können wir jetzt endlich ein paar rüstungen bauen noch eine rüstung die legen wir schon mal hier ab was da war wieder weg immer noch mal zu trinken ein alkohol mit den haben wir so dann brutzeln wir die erst mal jetzt aber ich habe jetzt fast alle weile hier beballert ich brauche mal den als allererstes aber was zu essen denn wir haben richtig hunger da so 1 2 nein und ich laufe noch ins feuer so schmeißen wir geld rein irgendwie das macht mehr sinn so wir können essen so dann haben wir den hier schon mal so einen haben wir leider irgendwie verloren von denen so machen wir schon mal lichtern so wie lange dauert das jetzt bis die fertig gebrutzelt sind ja da haben wir es da haben wir schon mehr als genug ich werde jetzt gerade angerufen aber ich habe jetzt gerade keine zeit zum rangehen so die brauchen wir jetzt auch noch ja ich habe gerade keine zeit ich rufe dich nachher zurück ja muss auch jetzt langsam fertig werden hallo ja da haben wir es ah knochen haben wir schon genug so was brauchen wir noch für knochenrüstung tücher so ich habe jetzt noch mal ein paar ja so 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 wir müssen die gleich nochmal anlocken aber ich würde lieber erstmal schlafen gehen weil ich mag die dunkelheit hier eher weniger und dadurch können wir die chance nutzen doch haben wir es wieder leer und ich habe wieder du es hier müssten wir noch was zu trinken haben ja immerhin Licht machen wir aus was wir haben da noch ein knochen so warte dann müsste das jetzt passen ne nice äh tragen 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 drei knochenrüstung haben wir schon mal weiß so ein fleisch schmeißen wir drauf und blätter so jeder jetzt mache ich mal ganz kurz pause so so da bin ich wieder so für euch war da nur ein kleiner cut ist das fleisch fertig ja das fleisch ist fertig aber wir brauchen noch was so komm her Vögelchen ja außer Luft jeder ja ja man eben der vogelmetzer ja 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 so dann legen wir noch ein fleisch dahin klar wo ist die fehler hin wo ist die fehler hin google so dann haben wir wieder bisschen fleisch auf tasche essen wir jetzt gleich ja essen ist fertig nice so dann mal schauen wo oder ob gleich wieder ein paar kommen von denen wohin wohnern ja da sind wieder welche ey der scheint nur einer zu sein ne was ist das achso pinker koffer wo ist der hin wo ist der uhr hin wo ist der uhr hin jedes mal wenn man die mal brauchten tut äh dann sind sie nicht da dann kommen die nicht egal aber dann würde ich sagen heute machen wir ausnahmsweise mal eine etwas kürzere folge und sehen uns dafür morgen wieder genau etwas längeren folgen ich habe ja auch viele längere folgen bekommen gehabt von mir so da war gerade irgendwie etwas auf dem bildschirm sorry und werdet auch noch öfters mal längere folgen kriegen aber heute weil ich ja irgendwie heute mal etwas engeren zeitplan habe wird die ausnahme die aufnahme mal etwas kürzer laufen einfach nur so eine ausnahme wird nicht regelmäßig der fall sein aber ich sag euch auch schon mal vielen dank dass ihr wieder mal mit dabei wart sorry dass diesmal eine kürzere folge war aber die tage kommt auf jeden fall dann mal wieder so eine etwas längere eine längere bau folge auf jeden fall so eine special folge wo wir das da oben fertig machen so und ja ich bin es euer max deus und und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018